Wir erlauben Sie sich eigentlich mit mir zu reden, Marshal. Ich denke doch, Sie haben mir zugehört und wissen es, Schwester. Sie waren nicht füreinander bestimmt, aber Sie mussten miteinander auskommen. Ich will dabei sein und zusehen, was die Mörder meines Vaters ernten werden. Sie werden bei Garnis dabei sein. Der, der Whisky trinkende und Weiber fressende Marshal, Sie die Lady, blaublütig und hart nehmen. Ich habe auch vor Stinktieren keine Angst. Ich mag nur Ihren Geruch nicht besonders gern. Vor einer Lady besäuft man sich nicht ungestraft. Marshal Cockburn, ich kann Ihren Zustand nur traurig nennen. Kein Mann lässt sich gerne Schweißgeruch und einen schwachen Charakter nachsagen. Feuer frei! Auge in Auge oder Schulter an Schulter. Sie sind das härteste Paar im Westen. Du hast die Kanonen, aber du hast nicht die geringste Ahnung, wie sie funktionieren. Ist das die Art, wie sie funktioniert? Wir leihen uns das Floß von Ihnen. Das nenne ich nicht leihen, das nenne ich stehlen. Sie können doch nicht... Und Sie Ärger mit mir haben nicht, solange Sie mit dem Ding auf mich zielen. Nein. Mit Ihnen zusammen zu sein, macht mich glücklich. Versprechen Sie uns dann vorsichtig zu sein? Wulf und ich sorgen uns um Sie. Sehr ruhig. Gott helfe uns! Wenn er das tut, höre ich auf zu saufen! Geh, Gott! Ja, ja, ja!